hallo thomas servus bernhard bist du wieder online ja ist total wichtig für mich ich werde mich jetzt influenza recht influenza ich habe meine cookies gehen jetzt schon durch die decke wie bitte ich habe schon 10.000 fans auf meiner seite ok ich sehe technisch hast du dir schon einiges überlegt aber wie schaut denn das rechtlich aus ach das ist nicht so wichtig bist du sicher denke mal an bildrechte und datenschutz das internet ist ein freier raum ob das wirklich so ist ich glaube da solltest dich noch informieren am besten mit einem aktuellen buch es ist das buch social media recht bei manz erschienen perfekt und ist das jetzt nur was für juristinnen nein das hat eine sehr große zielgruppe und richtet sich an alle die sich mit dem thema auseinandersetzen möchten ok klingt gut und ist das nur theorie oder auch für die praxis geeignet das ist ein praxishandbuch das heißt es enthält sehr viele praxisbeispiele checklisten und ganz besonders toll ein umfassendes klosar mit allen relevanten begriffen social media recht von kezer ademetz nurv und gamoff ein praxishandbuch erschienen bei manz erhältlich in der buchernomanz am kohlmarkt 16 oder auf shop punkt manz punkt dati und um beim thema zu bleiben besuchen sie uns doch auch auf unseren social media kanälen das nehme ich mit